Ich bin Erzengel Gabriel, der Engel der Hoffnung, der Verkündigung und der Botschaften. Erzengel Gabriel, ich spreche jetzt zu Dir. Erzengel Gabriel, wenn Du mich brauchst, stehe ich Dir zur Seite. Erzengel Gabriel, vielleicht möchtest Du Dein inneres Kind heilen. Ich helfe Dir dabei. Auch helfe ich Dir, Dein Lebensziel, Deine Bestimmungen zu erkennen. Ich bin der Engel der Hoffnung, der Liebe, Erzengel Gabriel und des Lichtes. Wenn Du in Hoffnungslosigkeit, in Depressionen, Erzengel Gabriel, Dein Leben fristest, rufe mich an und ich bringe Licht und Freude in Dein Leben. Um, ich zeige Dir, Deine Wege. Erzengel Gabriel, ich zeige Dir, Deine Ziele. Ich bin Erzengel Zadkiel. Erzengel, Erzengel Zadkiel. Der Erzengel, der Weisheit, des Wissens. Erzengel Zadkiel, der Erweiterung Deines Bewusstseins. Ich helfe Dir, die göttliche Energie für Dich zu finden. Erzengel, der Weisheit, des Wissens. Damit Du die nächste Ebene in Deinem Leben erreichst, auf Deinem spirituellen Weg. Erzengel, die nächste Dimension, die für Dich bestimmt ist. Erzengel Zadkiel. Ich hülle Dich ein mit meiner violetten Flamme. Und ich helfe Dir, Dein Wachstum auf Deinem Weg zu entfalten. Erzengel Zadkiel. Erzengel Zadkiel. Erzengel Zadkiel. Erzengel Zadkiel. Der Gedankenstille Wenn du mich rufst, stehe ich dir zur Seite Wenn du mich rufst, stehe ich dir. Ich spreche jetzt zu dir, Erz Ingen Michael. Ich biete dir Schutz, Ausdauer, Mut, Mut im Handeln, Mut im Loslösen von Vergangenem. Um dadurch deine Klarheit, deine Wahrheit zu finden. Wenn du mich rufst, helfe ich dir, vergammene Bande zu lösen, um dich ganz tief in dir zu finden. Wer du wirklich bist, ohne fremde Einflüsse. Erz Ingen Michael Und ich helfe dir auf deinem wahren, wirklichen, rechten Weg. Wenn du mich rufst, bin ich an deiner Seite. Wenn du mich rufst, bin ich an deiner Seite. Ich spreche jetzt zu dir, Erz Engel Carmuel. Ich helfe dir in allem, was mit deinen Beziehungen zu tun hat. Im Zwischenmenschlichen, in der Partnerschaft. Ich gebe dir Mitmenschlichkeit, Mitgefühl, Leichtigkeit. Wenn du in Stresssituationen bist, rufe mich an. Ich helfe dir bei allen Problemen, die mit deinen zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben, die dich kraftlos machen, die dir Harmonie rauben, die dir die Liebe rauben. Erz Engel Carmuel, ich sende dir göttliche Liebe und bedingungslose Liebe tief in dein Herz. Erz Engel Carmuel, wende dich ganz unvereingenommen an mich und du wirst Klarheit haben. Ich wende mich jetzt an. Wenn du mehr Struktur in deinem Leben haben möchtest, mehr Tatkraft, mehr Entschlusskraft, helfe ich dir, dieses zu finden. Erz Engel Carmuel, ich helfe dir bei der Manifestation, dem Umsetzen. Und du wirst sehen, wie alles in dir und um dich herum wächst. Erz Engel Carmuel, du wirst leichter, beweglicher. Und du wirst sehen, du entdeckst eine Kraft in dir, die lange in dir verborgen war. Löse sie, öffne sie. Erz Engel Carmuel, du wirst sehen, wie alles in dir verborgen war. Fluss und ich helfe dir, dich zu finden, deine Kreativität zu leben, dein wahres Ich zu finden, zu sehen und alles zu manifestieren, was du dir wünschst und vorstellst. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich spreche jetzt zu dir, Erzengel Jophiel. Wenn du mich anrufst, gebe ich dir Energie und Kraft. Ich bringe dir Entspannung und ich gebe dir Geborgenheit. Wie eine mütterliche Umarmung, Erzengel Jophiel. Ich unterstütze dich auch in deinem Beruf, egal was du gerade machst. Wenn du noch lernen musst, Prüfungen zu bestehen hast, rufe mich an und ich helfe dir, deinen Weg darin zu gehen. Erzengel Jophiel. Durch mich findest du deine Selbstverwirklichung. Durch mich verlierst du auch deinen Stolz, deine Engstirnigkeit. Durch mich findest du inneren Frieden, Harmonie und Gleichklang. Erzengel Jophiel. Erzengel Jophiel. Erzengel Jophiel. Ich spreche jetzt zu dir, Erzengel Jophiel. Wenn du mich rufst, gebe ich dir Heilung. Ich stehe dir bei, wie ein guter Freund. Ich gebe dir Klärung und Reinigung. Erzengel Jophiel. Erzengel Jophiel. Erzengel Jophiel. Sollte es dir mal nicht gut gehen, rufe mich an und ich erfülle dich mit meinem grünen Heilstrahl. Erzengel Jophiel. Durch mich erkennst du deine wahren Fähigkeiten in dir. Vielleicht bist du ja sogar ein Heiler. Dann stehe ich dir bei, Erzengel Jophiel. Und begleite dich auf diesem Weg. Ich bin der Schutzpatron für alle Ärzte und Heiler. Und ich werde auch deine Talente fördern. Erzengel Jophiel. Rufe mich an und ich bin für dich da. Ich stehe dir immer zur Seite. Erzengel Jophiel. Erzengel Jophiel. Erzengel Jophiel. Erzengel Jophiel. Erzengel Jophiel. Untertitelung. BR 2018